4x4 sind also noch zwei Gürtelladungen von jetzt noch 7 Mana Tränke und dann sind wir eingedeckt das heißt ich glaube ich kann den Golden Pie mal hier lassen und ja das war die Taktik die ich jetzt bei Lazarus gemacht habe ist eigentlich wirklich die einfachste um ihn zu töten die zweite einfache Taktik wäre gewesen ihm einen Guardian ins Zimmer zu stellen und den ihn töten zu lassen nur hätte ich dafür mehr Heiltränke gebraucht Was hast denn du so an Büch? Oh, Elixir of Strength Squall of Healing, Book of Fireballs, Staff of Speed Okay, immer dran denken zu Adria, oh und zu Pepin, da Pepin sollten wir auch mal gucken, was er noch hat Immerhin bereiten wir uns hier gerade auf den Endkampf vor Und jeder Attribut zum Punkt, den wir mehr haben, egal was, hilft uns Vor allem, wer es in der Ex-Sea of Dexterity ist So, und was ist jetzt der Ex-Sea of Dexterity Gut Gut Dann, Wohlbe-Cops Magic Stärke Äh, ne, Dexterity Stärke So, und eins hatte Adria noch, habe ich gesehen Also nehmen wir nochmal 5.000 Volk mit, um das zu kaufen Okay, unser Goldvorrat braucht sich dadurch doch ein bisschen auf Oh, Dieter sollten wir auch mitnehmen Dieter Sicher ist sicher Ah, die Brücke ist da Und da sind wir eigentlich vorbereitet, um uns Diablo zu stellen Sie hat auch nichts zu sagen über Diablo So, das war der einzige Trank, den sie hatte Kohlebeschriftrolle Squad of Guardians Sonst kaufen wir die einfach mal für den Rolls Achja, und wir wollten Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Da habe ich mich um eins verzählt, auch gut So Das ist jetzt F5 Das ist F6 Das heißt, mit F5 und F6 können wir wechseln Wir können die Squad of Golem auch benutzen, weil wir genug Magic haben Ja Gut, damit sind wir vorbereitet Auf Diablo Charakter Level 24 Ja, ich glaube nicht, dass wir 25 noch erreichen werden Okay, ich habe ein Portal aufgehen gehört Gucken, ob hier drin auch wirklich alles tot ist Ich habe noch ein Squad of Town Portal dabei Für alle Fälle Ja, Portal zu Level 15 Da sind wir ja eigentlich hergekommen Ja Und down to Diablo Also auf Level 16 ist aufgegangen So, Sicherheitshalber hier nochmal speichern Oh Okay, ja, hier geht die Luzi ab Und die lei Ja, hier geht die Luzi ab Kannst du Ohohohoho Wow Okay, der war gefährlicher als Tier Und seht ihr, so schnell verbrät man Vier Eiltränke Ohne merkbaren Fortschritt Also ja, hier unten werden wir so'n Spaß haben Vor allem ihr merkt, was da an Feuerbällen rumkommt Und wir sterben Ohohohoho 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 Ja, wir müssen immer hoffen Da oben ist auch noch genug los Ohohohoho Okay Sind das noch zwei? Ist das noch einer? Okay, es war nur noch einer Wow Das war knapp Ja, und hier oben haben wir dasselbe Spielchen Ohohohoho Ja, wenn wir sie treffen können Da ist es hier nicht so schwierig Ja, weg den Jungs ist es gut Das ist gut, dass ich noch immer die 19% Schutz habe Weil ich gern irgendwas hätte, was mich vor Feuer schützt Ja, und die chillen einfach in den Feuerbällen Oh 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 Ja Ja, Spaß Aber auch mein Spaß Hat ist Nossa Objektiv Was ich so überlege, die Hell Knights hier, oder Death Knights, sind im Vergleich zu den Magiern harmlos. Kann nix sagen sein. Ah doch. Also, was sagt man draus, liebe Kinder, immer Feuer, Schutz dabei haben. Oder halt in Nahkampf, äh, versuchen in Nahkampf zu gehen. Äh, ja. Oder einfach sterben. Nicht sterben würde mir eher gefallen. Oder einfach sie totschießen. Oh, ich treff ihn nicht. Ja, ich werde ja nicht drum herum kommen, mehrmals in die Stadt wieder hochzulissen. Ich schreibe mir auch die Tür. Jetzt hätten wir aber alle Ex-Bilden. Meine Güte, ey. The Potion of Healing. Ihr mich auch. Du seht, ich ihr mich auch. Also ich werde mehr als einmal in die Stadt hoch zurück müssen. So, ist nochmal was passiert, wenn man den umgelegt hat? Also mehr Spawn gibt's jetzt schon mal nicht. Okay. Oh. Hi, Jungs. Die zwei waren nett. Au, ich schaffe noch ein Level Up. Das ist immer gut. Gut, ich hab'n Level Up geschafft. Da mir Magie leider keine Resistenzen erhöht, geh' ich lieber mal auf meine Überlebenschancen. So, jetzt. Genau, sowas will ich haben. Hi. Was ist da drin noch erwartet? Das werden wir dann gleich sehen. Wo hat er sich jetzt hingebautet? Um die Ecke natürlich. Okay. Blood Knights, mehr als genug. Okay. 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 Scroll of Identify. Oh, hier sind noch welche. Wie viel Mana habe ich gerade noch? Mehr als genug und ich habe auch nur 3 Potions, das heißt wir versuchen mal ein bisschen unser Glück mit dem Guardian Spell, aber wenn ich den nur auf Stufe 1 habe, ist es besser als nichts, um unsere Gegner ein bisschen zu dezimieren in den beiden Räumen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.